Sogal Jungs und Mädels, eigentlich habe ich ja gesagt, dass die Tal der Eschen Serie vorbei ist. Aber ich habe da noch ein kleines Sahnehäubchen für euch. Bei unseren Erkundungstouren ins Tal der Eschen haben wir ja jede Menge Leichen in die Bachforen gesehen. Und deswegen gibt es heute einen kleinen Film mit wilden Bachforen im Leichgeschäft. Lehnt euch zurück und genießt dieses wunderschöne Schauspiel der Natur. Schauspieler Boah, das ist echt schön, dass er drum. Schauspieler Boah, das ist echt schön. Boah, das ist echt schön. Ich bin immer noch begeistert davon, wie nah wir an diese Bachforen hingekommen sind, ohne dass wir sie irgendwie gestört hätten. Für mich ist das immer wieder was ganz Besonderes. In der Serie selber hatten diese ganzen Aufnahmen nicht wirklich Platz. Aber ich habe mir gedacht, ich kann sie euch eigentlich auf gar keinen Fall vorenthalten. Wie ihr vielleicht merkt, experimentiere ich gerade mit ein paar neuen Videoformaten. Falls ihr noch Ideen oder Wünsche für Videos habt, lasst sie mich bitte in den Kommentaren wissen. Außerdem muss ich mich bei jedem Einzelnen bedanken, der eines unserer Eschenfliegensets gekauft hat. Vielen Dank und die Eschensets sind natürlich immer noch erhältlich. Vergesst nicht, den Wilde Fisch YouTube Kanal zu abonnieren, damit ihr kein Video mehr verpasst. Und gebt diesem Video einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Vielen Dank und bis nächste Woche.